Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu... Penis! Genau, Penis! Wir sind gerade im Passivmodus, weil hier ein bisschen Chaos war. Genau, und ich gehe da mal eben raus und ich würde euch bitten, dass einige von euch auch mal rausgehen. Ich würde jetzt nämlich gerne mal was ausprobieren. Was ich gerne einfach mal wissen würde, ne? Das weiß ich noch nicht, es wäre aber schön... Aus Passivmodus raus, nicht aus dem Server raus. Leute, schön aus dem Passivmodus raus und dann stellt ihr euch mal alle direkt hintereinander. Und wehe, jemand verrät's mir, ich will's selber sehen, ja? Also... Steigt mal alle ab und stellt euch direkt hintereinander. Äh, 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 nicht wieder alles in die Luft jagen, bitte. Auch jetzt, 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 habt doch mal... Leute, Ruhe! Jetzt seid doch mal ein bisschen ruhiger hier. So, wer macht dir da TPLC? Du bleibst jetzt mal stehen, ne? Du bist jetzt mal der erste Mann. Alle anderen sortieren sich mal direkt hinter ihm ein. So richtig dicht an dich, direkt hintereinander, dass alle Köpfe in einer Linie sind. Ich will jetzt mal wissen, was für eine Durchschlagskraft die Sniper hat. Ich würde jetzt nicht sterben. So, also zwei Köpfe habe ich schon mal. TPLC und Spielfehler sind schon mal perfekt. Kann da nicht mal noch einer dahinter hier. Wir brauchen noch einen Kopf. Ist ein bisschen weiter hinter. Ich glaube, das wird nichts. Ne, das wird nichts. Na gut, dann lassen wir das. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe beim letzten Mal gar kein Foto gemacht. Ich mache doch sonst immer ein Foto. Wie gemein. Oh, wir haben Kopf. Ich nicht. So, ich will ein Auto. Ich will jetzt auf jeden Fall ein Auto. So, ich habe schon mal ein Auto, wenn jemand mitkommen. Z-Trinade, magst du mitfahren? Und ich werde jetzt erstmal zum Armonation fahren. Hallo. Ach, fahr doch zur Hölle, wenn du willst. Rücher. Armonation. Miau. Wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Ich fahre dir jetzt einfach hinterher. Ich habe nichts besseres zu tun. Oh, oh. Hallo. Ah, ich bin rein. Ich bin drin. Sehr schön. So gehört sich das. Und wenn du da drin beschäftigt bist, mache ich hier mal ein Selfie. Es kann ja nicht sein, dass ich hier... Also jetzt muss ich mal, ne? Das geht aber gar nicht hier. Umdrehen. Och, Leute. Hört doch mal auf mit dem Sprengzeug. Und schon kann ich nicht mehr einkaufen. Was ist denn heute los mit euch? Warum seid ihr denn heute alle so gemeint drauf? Bleibt doch mal entspannt. Boah, wie hier direkt alle Cops wiederkommen. Nix. Ich habe keine Snacks mehr. Oh, ich habe kein Foto. Das habt ihr jetzt davon, Sir. Geh mal weg von mir. Ich kriege Schaden von den Cops. Wenn man die Cops hier hat. Boah, hier explodiert schon wieder alles. Es ist Chaos. Ich leuchte dich an. Oh, du bist grüner. Was bin ich? Er ist grün angezogen. Ich will auch. Wo war das? Nein, das war nicht hier. Da. So. Motorrad, Motorrad. Das wollte ich nicht entfernen. Das wollte ich nicht entfernen. Das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich machen. So. Ähm. Ich wollte zu sowas. Ich bin mal ein bisschen unterwegs. Tschüss. So. Ich habe ein Foto. Feuerwehr-Auto. Feuerwehr-Mann. 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 Oh. Wo ist das denn? Feuerwehr-Mann. Bleib sofort stehen. Mir will der Auto. Mir will der. Hör auf. Boah, jetzt passiert schon wieder alles. Danach, nachdem ich shoppen war. Aber jetzt nicht. Ich will erst mal eine Foto. Feuerwehr hat. Ich hab. Wieso darf ich nicht spritzen? Ah, mit der Tastik. Das war nicht so gemeint. Ich lösche hier erstmal die Feuerwehr. Ich mach hier erstmal ein Auf-Guter. So. Was ist los, Kops? Wollt ihr auch? Hä? Kommt doch her, wenn ihr wollt. Ich mach euch völlig nass. Zack. Flieg, junger Bulle, hinab in den Abgrund. So, wir haben Feuerwehr. Ich lösche dich. Magst du mitkommen? Ich darf hier nicht einkaufen. Ich lösche euch. Wenn ich rankommen würde. Ich darf hier nicht einkaufen. Also, ich fahr jetzt mal mit meinem Feuerwehr-Auto hier ein bisschen durch die Gegend. Hab ich gehört? Was ist los mit dir? Bist du irgendwie paranoid gerade? Okay, tschüss. Ach, du hast dein eigenes Method geholt. Ah. Dann ab zu Peter. Ich wollte gar nicht wahr schreiben. Ah. Ich bin im Passivmodus. Habe ich glatt vergessen. So. Mach mal die Sirene wieder an die ist cool. Ich weiß nicht, wo ich hinfahre, aber ich mach grad voll. Ich mach grad voll, ne? Na warte. Was ist das? Unter mir ist ne Katze im Auto. Ich bin echter Feuerwehrmann. Ich hab ne Katze gerettet. Aus dem Weg. Peter. Ich bin Feuerwehrmann. Ich darf das. Aus dem Weg. Ich muss Feuer löschen. Diese Vene ist an. Ey, da ist ein Laden, den ich noch nicht überfallen hab. Ich hab was zu tun bekommen. Jetzt seid ihr am Laden, oder was? Du hast Lester angerufen? Ja. Das hat sich nicht gelohnt. So. Vorsicht mit den Sprengwaffen. Ich bin hier auch. Oh, ja. Oh, nee. Das ist wie ein Hinderniskur hier. Ein Hinderniskur? Ein Hinderniskur. Bei uns kriegen sie Bretter vor den Kopf. Das entspannt. Oh, es gibt mir das Geld jetzt mal, Kollege. Ja, Glatzkorb. Ah ja, komm, gib mal raus hier. Ich brauch ein bisschen Gnädel. Gib das Geld, ja. Ja, ein bisschen Geld. Oh, danke für die Kohle, ne? Wir können... Wo ist mein Feuerwehrauto? Hier. Ah! Ich bin voll kaputt jetzt. Ohne Mist. Ich bin voll kaputt. Mach mal die Tür auf. Oh, danke. Ich bin immer noch in Fürschperschön. Ah, Kops. Sag, wo sind wir hier überhaupt gelandet? Ich glaub, ich war hier noch nie. Wollen wir mal wie viele Sterne? Wollen wir mal wie viele Sterne? Lester. Ich hab mein Feuerwehrauto zurück. Ja. Ich bin neu. Oh, was macht ihr nur noch nicht? Oh, was macht ihr? Was ist das denn so? Ah, Oli. Hilf mir. Wo müssen wir? Ich weiß nicht. Ich sitz hier im Feuerwehrauto. Ich hab ein paar Freunde dabei. Und ich mach hier halt Chaos, ne? Ich hab Spaß. Ich hab keinen Kopf. Ich hab keine Kopf, ich verfolg dich jetzt mal. Gilt deine Katzenmaske auch als Motorradhelm? Ich hoffe. Hallo, Kopf. Boah, das ist eine Explosion hier. Nö. Explosions ohne Ende. Ich hätte Angst. Hättest Angst? Ich hätt' Angst. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hinfahre. Ich war einfach wie ein Blöder durch die Stadt. Ja, ich auch, weil ich dir ein Server fahre. Also, ich seh dich jetzt endlich. Musst du das mit den Affronten? Nee, ich hab' hier einen Beifahrer hinten drin. Achso. Ja, nicht, dass er mich in die Luft hält. Das fände ich sogar schön. Nein, bitte nicht. Au. Ah. Bin ich da runter? Ja, ich bin... Ich bin ne U-Feuerwehr. Ich bin ne U-Feuerwehr. Die gerade ein bisschen feststeckt. Moment. Oh. Ah, komm schon. Äh. Ich bin fast da. Chris! Mich muss mal wer schubsen. Ich steck' fest. Du kannst doch wahrscheinlich... Ähm, du kannst doch wahrscheinlich... Äh, klau dir mal hier das Auto oder so und fahr mal Peter hinten rein. Aber von der anderen Seite natürlich. Fahr mal Peter hinten rein, das ist auch nett. Das ist... Das ist das Spielvieler, ne? Die Katzenraut. Kätzchen. Hab deine Türen dazu gemacht. Alles okay. Hier links, hier links, hier links. Du bist so weit. Folgt dem Wasser. Rechts. Rechts drunter am besten. Ich bin der Typ, der hier alles einsaut. Mit Wasser. Oh, Spielvieler. Scheiße. Warte, ich mach das. Oh, fuck! Sterbt halt einfach alle. Ja, hier oben sind so viele Korps. Mission U-Feuerwehr hat höchste Priorität, ja? Hier sind so viele Korps. Nee, lassen wir das. Ich wollte gerade... Ich wollte gerade Lester anrufen, aber... ...und sagen, Korps Scham weg. Schau auf Haftbomba, mich ranzuknallen. Du bist böse. So, jetzt fahren wir mal hier lang. Hm. Boah, ich glaub, ich hab verkackt, hä? Oder? Aua. Will ich aussteigen? Ich schaff's nicht, auszusteigen. Ah, jetzt. Oh shit, ich hab verkackt. Wie soll ich denn hier durchkommen? Wie das aussieht. Ja, ich würd' sagen, hier ist Endstation. Das hat dir jetzt Spaß gemacht, ne? Aber TPLC, der hat's voll versaut, weil der hat hier den Ding eingebaut, so. Unser Zug kommt in sieben Minuten. Zug fahren. Auaah. Ah, au. Ups. Oh, Katze. So, Kätzchen. Halt mal Ausschau nach nem... Ich hab was Quietschen hören, ist schon ein Zug da. Wehe. Also, bis jetzt ist alles okay. Ich nutz mal die Zeit und zieh mir was anderes an. Ich seh so... ...so wichtig aus. Du siehst so wichtig aus, du bist aber nicht wichtig. Ich nehm meine Freizeitklamotten. So. Ja, hab die voll verkackt, würd' ich mal sagen. Voll verkackt. Was kannst du eigentlich, hä? Katze besorgen Zug. Mark hat Zuckungen. Warum hat der Zuckungen? Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Ah. Ey. Ah, schade. Ich hab keine Munition dafür. Weiß einer, wo der Zug bleibt? Ah, ah. Was haben wir noch Kops oder was? Oh, fuck. Also, auf jeden Fall ist hier unten ganz schön Party. Ah, ich brenne. Hör auf, mich anzuzünden. Hallo. Ah, ich brenne schon wieder. Ja, du bist tot. Bin ich nicht. Gut. Versteck mich grad vor den Kops. Ich versteck mich vor dem Typ, der mich anzündet. Ich hab nicht hier. Ah, U-Bahn kommt. Äh. Könnt ihr die mal aufhalten? Ich würd' ja gern mit. Äh, wo bin ich denn? Ich muss rein. Haltet den Zug auf. Ah. Haltet den Zug auf, wenn nötig. Müsste halt Kamelle schreien. Ich wurd' weggesprengt. Versteht ihr den Zug auf halt mit Kamelle schreien? Ha. 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 Scheiße. Was macht die alle hier? Geh weg. Ich muss einen Zug bekommen. Da, 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 da. Nee, das Feuerwehrauto ist doch da. Aua. Das Feuerwehrauto ist eigentlich... Hast du jetzt da vorne? Wer mich schlägt? Ah. Nein. Es tut mich sorry. Ich komme. So, wo ist denn der Zug hin? Der ist weg. Ja toll, ich hab zwei Sternen. Nee. Ja, du hast genug Zeit. Ja, ich bin kaputt. Ice Ironade. Wie geht's deinem dicken Bein? Jesus. Fett wie ein Arst. Wo? Oh, das hab ich ja immer noch drin. Au, Mann. Wo ist denn hier der Eingang, Mensch? Ich bin hier irgendwo geschippt. Haben wir net? Ah, da hinten. Hey, noch ein Feuerwehrauto. Sehr schön. Ich fühle mich gemobbt. Wenn Marco da näher ist. Oh, Herr Bullen. Ah, Bullen. Hört doch auf, mir die Schrift hinten an den Kopf zu halten. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin voll lebendig. Erstmal der Sprung. Ah! Wo kommt das denn her? Verschwinde, Cop! Aus dem Weg, Leute! Bahn, Bahn! Wo? Hier unten. Halt Anzug, ich hab Cops. Au, ich bin schon wieder getasert. Was ist das? Was ist denn dieses Tasern immer? Verdammt, ich komm nicht rein mit dem Ding. Geh mir aus dem Weg. Was ist denn sowas? Ah, Cops, die auf mich ballern. Zug, fahr! Drive-by mit dem Zug! Ja, ein Idiot hat er gesagt. Also ich würde sagen, jetzt fahren wir. Ja, da hat aber jemand den Zug verpasst. Na ja. Hauptsache ich bin drin. Ah, hier brennt's schon wieder. Ich hab den Fahrer nicht getötet. Ich sag mal, gibt's hier noch andere Stationen eigentlich? Weil ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfahren. Hallo, Typ! Oh! 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 Oh, also das mit dem Zug fahren, das ist ja auch was Feines, ne? Ja! Hey, wo steh ich denn jetzt hier? Beim Cups steh ich. Oh, oh. Abdi macht mir Angst. Also. Oh! Jetzt sind wir allein 6. Okay. Guck mal, wer der ist. Mit Chandika? Hallo! Grüß ist ein Geist. Hallo! Ah! Ich bin draußen! Nimm mich mit! So, also mein Auto kommt ja hoffentlich gleich mal hier, ne? Wo ist mein Auto? Wo ist mein Stolz? Wo ist es? Was ist das? Das, mein Freund, ist die Zukunft. Fahr nicht über ein Auto! Hallo, Marc Zock! Was ist das gewesen? Was ist was gewesen? Im Ende ist... Wir hatten so eine Art Nitro gerade im Motorrad. Lol. War nicht mein Bike. Was ist denn das Abdi? Elektro heißt... Mit Turbo. Kannst du mich mal rauf lassen? Hehe. Hey, ich bin in den Cops entkommen. Ich bin toll. Bitte? Bitte? Kannst du mich mal rauf lassen, bitte? Rauf lassen, bitte. Hey, Olli, ich bin bei deinem Haus. Lass mich mal... Lass mich mal drauf, bitte. Ich will damit mal fahren. Ich kenne das noch gar nicht. Hallo. Du musst eh drücken. So, jetzt lass mich mal auf die Karte gucken hier. Wo ist denn das, wo ich jetzt hin... Oh, am Arsch der Welt. Ich will doch nur ein Fruchtzeug. Ist ja cool. So. Biss, Mann. Und das kostet 750.000. Jetzt muss ich ins Internet gehen. Warte. Legendary Motorsport. Wahrscheinlich hier. Da, Elektro. 57.000. Echt. Ah, Gegenverkehr tut weh. Bestell ich mir das? Nein. Wo ich dann ausgetobt habe. Aber geil, gut zu wissen. Ich fahr grad zum Flughafen, ne? Ich komm hoch. Weil in der nächsten Folge hätte ich mal wieder Lust zu fliegen. Und diesmal werde ich hoffentlich länger. Weil ich würde gern echt mal die Stadt von oben ein bisschen sehen. Weil bisher war das mit dem Fliegen ja immer eine schlechte Kombi. Peter plus Flugzeug gleich kaboom. Jetzt sind zwar wieder so viele da, aber... Ihr könnt euch benehmen, ja, Marc? Einfach mal ganz sprechen. Echt mal hier, Marc? Du kannst, du kannst daraus spielen, ohne spontan dauernd zu explodieren, ne? Ah. Kennt jemand die Olsenbande? Wenn ja, der Marc ist voll der Dynamithari. Dynamithari. King Endesse, der ist voll der Dynamithari, ne? Boah, jetzt hab ich den Ober. Äh, persönliches Fahrzeug. Der Beschlag nehmt. Bam, 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 bam. Das ist ein uralter, ne uralte Serie mit Dänemarkern, die ständig was klauen wollen, alles richtig geil aufziehen und am Ende doch verkacken. Ja, nice. Könnte ich eigentlich mal wieder gucken. So, oh nee, ich bin schon wieder hier oben lang. Mann, ab die. Du bist zwar gar nicht in der Nähe, aber irgendwer muss Schuld haben. Ah, 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 verdammt, ich dachte, das passt. Sag jetzt bitte nichts, ja? Okay, das klappt. Ich lache einfach nur, okay? Worüber? Nix, nix, über das, was du redest. Ich habe heute so meinen zweideutigen Tag. Ja, das ist schön. Wusstest du, wusstest du, wenn man ab die rückwärts schreibt und ein paar Buchstaben austauscht, dann kommt da Dildo raus? Ja. Ich bin drüber gechumptet. So, Oli, bist du schon am Flughafen? Ich muss kein Läster anrufen. Das ist mir egal, bist du am Flughafen. Bist du am Flughafen, bist du am Flughafen, bist du am Flughafen, bist du am Flughafen. Nein! Hitt dich, Abdi! Mach auf! Die blöde Rumkugel verarscht mich wieder. Der Flughafen, da. Ich bin explodiert alles, ich bin mal weg. Das heißt, ich warte am Flughafen auf dich, ne? Nur damit es weiß. Oh, will ich sowas? Aber ich will eigentlich echt ein Flugzeug. Ich will irgendein kleines Flugzeug. Ich warte jetzt mal. Oli, jetzt. Wir warten, ne? Ja, zwei Kilometer. Wir warten einfach mal auf dich. Dann könnte ich hier sogar beim nächsten Video direkt ein schönes Foto machen, wenn wir uns hier alle schön vor das Flugzeug hier stellen. Das macht doch was her. Also kommt mal alle bei mich bei. Fluch. Fluchzeug. Kommt mal alle bei mich bei. Kommt mal bei dich bei. Ich hoffe aber nicht. Nicht. Und alle schön an das Flugzeug da hinten ran stellen. Oder auf das Flugzeug drauf, je nachdem wie ihr wollt. Und Marc, keine Sprengwaffen. Das Flugzeug muss so lange überleben, bis ich, ne? Bis ich geknipst hab. Das Flugzeug muss die ganze Zeit überleben am besten. Ja, echt mal. Das muss hier überleben wie ne Göttin, sag ich jetzt mal. Wir sind ja eigentlich alles mit dabei jetzt hier. Hier, ich blend mal alle ein, ne? Falls es jemanden juckt, wer hier mitspielt, da könnt ihr nachgucken. Ja. So, alle die mit drauf wollen, an dem schwarzen Flugzeug da, so schwarz. An dem schwarzen Flugzeug mal hier. Was machst du schon wieder mit der Fackel da, oder was das ist? Ah, Molotov. Molotov-Cocktail. So, postiert euch mal alle drauf. Ach, der Olli ist da. Weißt du was, Olli? Da können wir ja eigentlich schon mal tschüss sagen, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. So geht ja. Online? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.